Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelte und dann behauptet, er hätte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Hoch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will ein Bauernmädchen. Ein Mädchen, was vielleicht nicht sonderlich helle ist, aber schlicht und einfach. Und es wird sie die sein können, weil sie wird als Philosophin betrachtet und sie ist einfach auch durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017